Ein Fußball-Länderspiel der etwas anderen Art zwischen Österreich und Deutschland fand letzte Woche in Grödig statt. Organisiert von der Sportbusiness International Agentur von Toni Pichler standen sich die derzeit vertragslosen Profifußballer beider Länder gegenüber. Eine gute Möglichkeit, sich vor interessierten Spielervermittlern zu präsentieren. Rund 300 Zuseher waren gekommen, um die beiden Teams lautstark zu unterstützen. Rund 500 Zuseher Nach den Abspielen der Nationalhymnen und dem Ankick durch Helmut Hoaret von der Nürnberger Versicherung AG Österreich ging es dann los. Und die österreichische Elf in den weißen Dressen hatte dann die erste Chance. Schöner Pass auf Josy Höller, der setzt sich durch gegen Christian Rahn. Doch Andi Habl kann noch in letzter Sekunde klären. Der Cheftrainer der Deutschen, Ralf Zumdick, genannt die Katze, hier ganz links im Bild, beobachtete seine Elf ganz genau. Die Deutsche Elf wurde immer stärker. Weiter Ball auf Abdelkader Mawel, Bakari Diakite in die Tiefe für Philipp Bönig und eine mustergültige Flanke auf den Kopf von Mahob. Doch der vom deutschen Team ausgelähne Schlussmann Rufen Sattelmeier verhindert mit einer Glanzparade das 1 zu 0 der Gäste. Nur zwei Minuten später Freistoß für die VdV, der ehemalige A-Nationalspieler Christian Rahn tritt an und wieder eine tolle Abwehr des deutschen Schlussmanns im österreichischen Tor. Mit 0 zu 0 ging es in die Kabine. In der zweiten Hälfte änderte sich am Spielverlauf nur wenig. Die Deutsche Elf mit viel Druck und die Österreicher sehr bemüht, aber wenig effizient. In der 48. Spielminute dann diese schnelle Aktion. Diakite Bakari auf Oadrogo, der bringt den Ball schön zur Mitte, schlichting Lars verlängert und Luis Nagwat Mahob erzielt mit diesem Schuss aus der Drehung das 1 zu 0. Natürlich geht es bei so einem Prestigeduell auch manchmal etwas härter zur Sache, aber die Gemüter beruhigen sich schnell wieder. Freistoß der VdV, Andi Habl mit dem Kopf zurück auf Marcel Nolde, doch er trifft den Ball nicht richtig und so geht sein Schuss klar am Tor vorbei. Das Team der Österreicher, sichtlich mit Abstimmungsproblemen, war man doch erst gestern für dieses Spiel zusammengekommen. Und da auch die deutsche Elf den Ball nicht mehr im Gehäuse der Österreicher unterbringen konnte, bliebe es beim verdienten 1 zu 0 Sieg der Gäste. Ja, in erster Linie muss ich mir sagen, das war sicher eine sehr gute Idee, dass man so ein Spiel veranstaltet. Vor allen Dingen für die Spieler, die wirklich noch Vereinsuche sind und keine Chance haben, sich zu zeigen und keine Spielpraxis zu sammeln. Und für uns war das heute natürlich auf österreichischer Seite nicht so einfach, weil wir bis gestern auch gar keine Mannschaft gehabt haben. Und für das muss ich sagen, war es eigentlich recht gut im Endeffekt. Ja, die Protected-Gruppe ist selber sehr sportaffin und wir unterstützen gerne solche Veranstaltungen mit so einer Tragweite, wie es die Sportbusiness international betreibt. Unter Fahnenführung, sage ich jetzt mal, von Bichler Toni. Wir waren da schon im Haus des Sports. Wir haben schon Fußball gefahren, gemeinsam im FC Basel, beim HSV, haben wir mit unterstützt. Und da sind wir sehr, sehr gern mit dabei. Ja, das ist eine ganz tolle Erfindung von dem Toni Bichler, dass man Deutschland und Österreich wieder aufleben lässt. Nicht Cordoba, sondern Krötig. Also ich finde es sportlich sehr wertvoll für die jungen Menschen, eine Riesenschance, hier sich vor Publikum in einem traumhaften Ambiente zu zeigen. Und vielleicht kriegt der andere oder der eine einen in den Vertrag. Ja, wir haben jetzt in den letzten drei Tagen die Sportbusiness-Tage gehabt von unserer Plattform Sportbusiness International. Das sind Diskussionsplattformen, wo der Sport in seinen wirtschaftlichen Bedeutungen näher gezeigt wird. Das heißt, der Sport ist ein Riesenwirtschaftsfaktor, es sind viele Arbeitsplätze dahinter, Innovationskraft und so weiter. Und wir mit Sportbusiness International wollen diese Themen einfach in den Vordergrund bringen, ihnen Licht geben. Und es soll im Prinzip einfach eine Netzwerk- und Kontaktplattform sein, die wir jährlich fünf bis sechs Mal veranstalten. Und das hier in Krötig und in Arniv waren sehr erfolgreiche Tage. Und ich glaube, dass viel Geschäft entwickelt worden ist, dass viele Kontakte gemacht worden sind und dass wir uns auch hier im Stadion in Krötig sehr wohl gefühlt haben. Und am 11. September kann die österreichische Nationalmannschaft im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion das Ergebnis hoffentlich umdrehen.